willkommen zurück zur dritten folge raus aus der elo hell ich bin wieder mit matze am start und ja ich spiel heute six er spielt ließ hin und ja wir haben irgendwie ganz lustiges team eigentlich soraka wein bot lane melfight oben mit ghost und ignite hat auch gefühlt zwölf stunden jetzt im ladebildschirm gehangen der hat übrigens auch ad ruhen mit matze was sagst du dazu plus 21 ad schluss 21 ad ist auf jeden fall ziemlich war der gute alte wicket ad malfight mit triforce ja mal gucken mal gucken wie es läuft hakerin die haben eigentlich auch ein ziemlich cooles team alter ich verstehe nicht warum in der bronze und silber eo jeder arsch draven spielt das ist doch so ein schwerer champion alter warum spielen die denn draven weil die gegner sich nicht wehren ist echt heftig ja ja wahrscheinlich weil die gegner sich nicht wehren fangen red diesmal an und versuch den hier zu invaden alles klar der fängt bestimmt aber blu an ja ich glaube nicht soll ich mal warten da kannst du machen da smartes fängt da woanders an das ist der fängt blu an sag ich doch weil ich zu der in retomaten halt da ich guck mal mitte geht katharina sollte eigentlich kein ding sein toll guck dir mal verdammt der tagt einfach den kleinen alter ist nicht ganz dicht er geht nicht weg ja der ist nicht ganz dicht er hat irgendwie leck pc anscheinend auf dem loading schien schon fest der hecker immer doch einfach nicht gesmeitet auch gut katharina hat schon noch weiß nicht 100 ap ich kann schon die stelle die stimme von dem hören er guckt unser top laner an und das glatt ist halt echt gg aber er hat trotzdem noch ein kill gemacht oder tg man er bleibt einfach stehen auch gut jetzt gehostet hab bleibt wieder stehen ich sag ja der hat übelst den kackrechner da werde ich mit dir was denn hier los in der bronze elo cutter reiß ich auch noch ab ich lau mich kaputt ey diese elo ist der horror mit ansage mit ansage cutter reiß ich auch noch ab da kommt das q ich hab ja nicht mal geflasht ach wie mit ihren oder was ja wahrscheinlich keine ahnung oh der ist hier wieder der dude kommst du na ich komm der hat auch kein flash mehr haben was ab ge rippt leute willst du mal einen blubuff haben oh ja dann hätt ich gern dann kann ich nur helfen weil ich bin schon low oh die cutter oh die cutter oh die cutter riecht danke fangst for the blue fangst for the blue läuft schon mal ganz gut läuft würd ich sagen stehe schon 2 0 ich stehe 1 0 brauch schon ein assist perfect alter die unsere top lane guckst du dir an wir beide mit so 10 hp rum die cutter ist halt echt totaler brainiac brainiac aber der übelste auf top krieg ich jetzt auch nochmal ein free kill echt alter ich kann mir nicht vorstellen was da für spieler hinter dem rechner hocken alter wie spielen die denn das ist doch der wahnsinn man echt die würd ich das müssen übelst grenzdebile sein das ist so schlimm und kill das ist halt echt so lustig diese elo oh gott allein dafür lohnt sich schon einen bronze account zu nehmen echt ey oh gott selbst ohne aufnahmen würde ich hier und spaß haben jeden tag ohne ende weit besser als normal games ja mit ja mitte da kommt das horse komm mal da bin ich die dich lie gg alter next level dive Gigi oh mein Gott, Bruxy Edo ist verdumpt verdumpt erst mal back, fast er fiendsfällig obwohl ich brauche gar nicht back ich kann eigentlich warten bis ich auf fiendsfälliger was ich nicht mehr was ich machen soll, ey, ich helfe dir mal kurz pushen Albert Jungus clear mit den Hexen Dude, I need the minions Level 3 Cutter ist richtig verdumpt, Alter Ich brauche meinen Ulti, theoretisch kann ich die, oh, hier war ein Horse Ich werde theoretisch wieder abreißen Bös NEIN Oh Die Play Alter, das tut das Das ist echt so retarded, Alter Also tut mir leid, Leute, wenn ihr das Video schaut, aber wie man hier feststecken kann in der Elo, ne Das ist mir echt ein Rätsel, Alter Alter Also das kann ich mir beim besten Willen nicht, äh, nicht Alter, das ist echt nicht wahr, ey Das ist halt so krass, Mann Die Gegner haben auch einen Farm, Alter Der Warwick hat 12 Farm 12 12 Minute 7, Alter Was ist denn das für ein Spieler, Alter Oh, die Zenit klingelt des Todes, oder? Oh, die Zenit klingelt des Todes, oder? Oh, sie rennt weg, ich kann nicht mehr tampen Oder Es geht nicht mehr Ich hab's nicht gewolltet. Oh, ist der Malfight. Er reißt sogar ihn tatsächlich noch ab oder ich lach mich kaputt an. Er bleibt am Tower stehen. Ich verstehe nicht warum die sich jetzt flame auf der botlane gerade. Oder wofür die... Keine Ahnung. Wann steht der gerade nicht 10-2? Hackerrie. Ist auf jeden Fall ziemlich strong. Ach, unser Malfight geht echt 3-Force. Und der Hackerriemann scheint auch. Oder irgendwas komisches. Hackerrim geht auf jeden Fall. Jungle Item braucht man nicht. Jetzt gleich kommt er hier hin und stirbt. Oh, ich bin gesmited. Nice. Das ist echt freundlich von dem, dass der einfach... Warte, lass mir den Blue. Alter, tut mir leid, Alter. Aber wo ist da der Unterschied zu Bots? Boah! Wo ist da der Unterschied zu Bots? Alter. Boah! Oh mein Gott, die Elo ist der Hammer, Alter, echt das beste Projekt, was ich je angefangen habe, echt, oh mein Gott, ist das lächerlich, ey, wir gehen einfach voll random irgendwo in den Jungle, Alter, er kommt und smitet erstmal, ich hole mir mit der Ulti den Blue und dann reißen wir die anderen beiden auch noch ab, Alter, gg, gg, der Hacker ist level 5, der Walk ist level 5 und die Kata ist jetzt 6 geworden, und ist einfach 0,5, nach 10 Minuten, musst du auch mal reinziehen, nach 10 Minuten, wie kann man denn alle 2 Minuten sterben, vor allem die ersten 3 Minuten werden dann nicht mal gespielt, richtig, Alter, sie stirbt halt schon wieder. Oh, Leute, ich weiß nicht, was hier los ist, aber es ist einfach nur verdumt, diese Elo ist einfach nur verdumt, Alter, der Melfeld, dieser Melfeld macht oben Killing Spree, weißt du, ist gg, Alter, da siehst du schon, was mit der Elo nicht stimmt, Alter, Dead Char, ja, 18 Minions, Alter, und er haut rein Dead Char, Alter, oh Gott, die Stimme ist, die verstehen noch nicht mal, dass die bad sind, die schieben das auf irgendwas anderes, Alter, das ist ja der Horror, Alter. Sonst sind wir das für Menschen, Mann. Nein. Oh, ich komm, warte. Ja, komm her. Oh, komm, hier, abgerissen. Oh Gott, Minute 11 am Inner Turret, ey. Das ist halt echt gg, Mann. Vielleicht schaffen wir das jetzt mal vor Minute 20. Oh, hier. Oh, er will mir fest... Oh, er gibt mir Ulti! Er will mir Ulti geben, geht schon. Kick in die Phrase. Oh, Mann. Ich glaub sogar, ich kann sowas machen. Ah, ne, doch nicht. Ah, nicht. LOL. Easy. Oh, Mann, ey. Tu mir auch ein bisschen leid, die Gegner. Also, ich muss sagen, hier gar nicht. Er ist Oster de Warg, der blamelt halt den Malfeld, dass er einen OP-Champ hat. Die kommen halt aus ihrer Basis da raus, du gibst dir eine Bombe und die sind ein halbes Leben. Vor allen Dingen, ich geh gleich back, zweitemal back und hol mir Rabadons. Das ist echt, das ist echt so gg, Mann. Also, da ist das Mysterium auf jeden Fall aufgeklärt, wieso es Pro-Player immer wieder aus der Elo-Helros schaffen. Denn sie haben Leute wie diese hier als Gegner. Oh, nein! Sie wollen mich killen! Bom. Oh, please don't feed. Gibt viel zu viel Shutdown-Gold, also es ist direkt wieder Comebacks. Comebacks. Komm mal, abreißen! Ne, ich hab kein Mana. Abreißen! Warte, ich komm. Ich bin auf dem Weg. Ja, lass mich mal back, ich will mehr Rabadons wollen. Abreißen! Alter, jetzt geht's hier aber los. Haben sie einfach drei Ultis rausgehauen. Oh, der war weg, der haut mich glaub ich tot. Oh, der Damage. Da kommt der Mana. Verstärkung. Alter. Die versuchen ja nicht mal auszuweichen, Alter. Die versuchen's nicht mal, Alter. Die sind einfach feed. Oh, der Malfight. Dieser Malfight ist Rampage, Alter. Der einfach in der Base rumstand und geghostet hat und... Oh, Gott, Alter. Oh. War ein Tor von Uruguay. Tor von Uruguay, nice. Also, wie ihr merkt, wir gucken gerade Fußball-Wärm nebenbei. Alter, es sind Minute 13 grad mal! Ja! Es steht 19 und 4. Was? Alter! Alter! Ja, die Leona, muss ich sagen, der kann man keinen Vorwurf machen. Aber die hatte auch keinen von uns beiden auf der Lane. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, aber die hat zum Beispiel jetzt einfach 0,02 hat 12 Farben, also welche Item baut auch das Richtige. Na ja, also, ich sag ja, es gibt auch, glaube ich, einige gute Leute hier in Bronze. Also, weil das ist gut, aber auf jeden Fall Leute, die ein Brain haben und seriös spielen können. Ich sag's halt, als Support Player bist du einfach aufgeschmissen. Ich meine, was willst du gegen einen 9-0 oder einen 5-1-5 Lee machen? Ganz schön. Oh, nice. Ich frage, ob man 4 gegen 5 carry kann. Hier. Komm. Stopp. Kiek. Wen kannst du haben? Komm, hau ihn weg. Oh. Too bad. Oh, komm. Hatte keine Boots. Sicher kann man 4 gegen 5 gewinnen auch. Warum denn nicht? Weiß nie. Ich bin gestorben. Das war nicht so nice. Oh, hier. Alter, die Leona. Alter, ich glaube, ich muss mich übergeben, Alter. Die ist gerade einfach reingeflasht in dich. Oh mein Gott. Nein. Oh shit, Alter. Der hat dich echt noch gekriegt. Alter, die hat ganz viel Damage gemacht. Malte, sag ich schon. Malte, sag ich schon. Matze, jetzt streng dich doch mal an. Ja, zwei Tode, das ist schon kritisch. So langsam. Das ist echt schon kritisch. Alter, wie du die da verarschen kannst aber teilweise, ne? Sag, Bluebird. Ich muss doch sagen, unser gegnerischer Jungler baut sehr nice Items für einen Hecarim. Hm. Triforce. Weißt du, was da Problem ist? Die lesen einfach nur Tons of Damage und dann bauen sie einfach Instant Triforce. Weil es gibt halt Tons of Damage. Die dann mal den Drachen machen, ne? Wenn dann das erste Mal, dass der sterben würde. Nee. Wir haben dir nur letztes Game am Anfang einmal kurz gemacht. Weißt du das nicht mehr? Oder meinst du jetzt in diesem Game das erste Mal? Nee, generell haben wir den noch nie gemacht, oder? Doch, im letzten Game haben wir den einmal gemacht. Krass. Ganz schön Triad gewesen dann aber, ne? Ah, das ist schon ziemlich Triad. Lass uns mal hier rüber gehen. Komm. Hier, Ulti da mal hin. Hier, der Red Buff. Hier, komm mal her. Der kommt bestimmt gleich hier ran an den Red Buff. Guck mal, die Leona kommt schon. LOL, diese Prin... Alter! Du hättest halt warten müssen, einfach. LOL. Komm mal. Warte, kannst du da ein bisschen kommen? Komm mal. Gerippt. Alter. Aber abgerippt. Abgerippt von Teich, Berwick und Matze. Das ist der nächste Quadrar Kill. Ich kenne viele. Ruhig die du ruhig mal. Stör mich nicht. Guck mal, ich mach extra nichts. Oh, wolltest du einen Clown hier? Nein, ich hab extra nichts gemacht. Wenn ich meine die Vayne, hast du nicht gesehen? Ja, die Vayne. Ich bin eingetumpt. Das extra. Alter, 10-2 und 10-1. Alter. Report mein Idiot Team. Oh Mann, ey. Diese Elo, ey. Da kriegst du Bauchschmerzen verlachen, Alter. Wie ich sag dir das, ey. Hast du gesehen, wie der Hackerring geplatzt ist, Alter? Der eine Combo war der weg, ey. Und der stand sogar außen. Der stand sogar außen an meiner Bombe, Alter. Ich sag ja, wenn ich mir hier Twitch kaufe, Alter, dann ist es GG. Ich denke mal, Andy kannst du hier bestimmt auch richtig nice spielen, Alter. Oh ja. Einfach. Ja! Und tschüss. Alle down. Die fressen aber auch alle Bomben, Alter. Die sind solche Retards, Alter. Dann müssen wir mal den Tauerts reinpuschen. Hier, ich. Oh nein. Ja, ich will nicht sterben. Gut, aber sterben. Hier kommt Dillie. Alter, ich bin der in der Basis einfach. Boots, Keule. Boots, Keule, Leute. Der Hacker ist Keulen. Ich hab noch meine Ult. Ah! Hilfe! Weg da! Oh, der Tower! Nein! Oh Gott, das... Tower! Der letzte Minion ist genau gestorben. Der Feed ist real. Alter, der wurde noch executed, der Malf. Der stand in der Base, Alter, und wurde executed. Lach mich kaputt, immer. Und so, das Racker pusht die Minion. Nice. Oh, die killt mich. Nice. Nice. Von einer Supporterin abgerissen. Der ist dem Draven. Die sind auf jeden Fall pre-made. Ach, ja. Draven kriegte ich halt nicht. Ah! Ah! Ah, fuck. Ich dachte, ich komme noch weg. 4.000 Gold. Okay. Warte, holen wir uns. Hourglass. Zaubererschuhe. 500 AP. Ich hatte kein Mana, sonst hätte ich die beide noch. Minute 20, genau. Wie bitte? Genau, Minute 20. Minute 20. Ich muss sagen, Co-Items fertig. Ja, läuft. Da bin ich schon dreimal gestorben. Ich bin zweimal. Ich muss sagen, die haben halt auch mit Suppressing-Ultis hier, wie Vavik, echt einen starken Schlag gegen einen. Mit Six musst du erst mal deine Bombe machen. Das ist natürlich ordentlich eine Sprecher. Sie hat gesehen, dass ich da geworden habe und denkt sich, da gucke ich doch mal nach. Da gucke ich doch mal nach dem Baron. Oh, Mann. Das ist so retarded, Alter. Ich komme nicht klar. Butz! Keule! Einfach nur die Keule in die Kranke. Mein Team. Team. Gut. LoL. Alter. Der Dude. Der da auch Volch. Lustig, dass echt trotzdem fast alle anderen aus dem Team einfach gar keine Kills haben, oder? Da siehst du halt, wie krass das ist, ne? Alter, der pingt mich hier irgendwas. Alter, was willst du denn, Mann? Alter. Geht's hier aber los, die Resets. Oh. Passt. Los. Go, go, super Minions. Vielleicht kommt das Horse. Powerhouse. Wir ulten dich gleich, sag's dir. Na dann. Gibst du, weil die alle ulten werden. Oh, LoL. Merkst du selber, ne? Nein, ich reingehe. Alter, die Bomben, Alter. Mein Team ist irgendwie weggelaufen. Die Bomben sind einfach nur RIP, Alter. Dass die das noch verteidigen, Alter. Dass die mich surrendered haben. Das wundert mich auch, ey. Ich will da unbedingt reingehen, aber da sind zu viele. Ah, das sind echt zu viele. Rang. Spiel mal Kayn hier in der Elo. Lacht sich auch kaputt. Das ist wahrscheinlich auch übelst RIP. Ich glaub, Katharina ist auch nice mit den Resets und allem. Katharina hat sogar der Account hier. BOMBE IN ENDINGAGE! Zack! Alter, Triple Kill. Aufhinden, Alter. Oh, ich komm in der Stille. Ich hab dich geheilt. Easy. Vielleicht auch noch. Ich schaue. Nein! Der Laser. GG, well played. Ich würde sagen, ich zeige euch wieder mal die Statistik. Damit ihr auch seht, wie viele Punkte ich bekommen habe. Und natürlich, dass das auch Bronze, Elo ist hier. Und nicht Diamond. Wieso, dass man das noch beweisen müsste, aber gut. Gut. 31 Punkte habe ich bekommen. Das heißt, ich bin auf dem besten Weg zur Promo. Und dann werde ich mal sehen, ob ich denn hier, ähm... Ja, das Ganze auch gewinnen kann. Und vielleicht sogar eine Division überspringe. Gut. Schreib fleißig in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Hau da rein!